Grüßt euch auf Reisen. Zurück. Diesmal sind wir in Pinetta, Lignano Pinetta, im Kursaal. Das ist der Pool vom Kursaal. Die Dickenkinder von Landau. Die Dickenkinder von Landau. Mama, sonst schmeckt nach Mandeln. Eine hat wirklich viel los. Wo? Wint ihr? Geschleichte. Die Finger wechseln. Eine deutsche Fahne. Das braucht keiner. Ja, auf jeden Fall ist der Pool vom Kursaal. Der wird eingegangen dann irgendwie vom Kursaal. Die Dickenkinder von Kursaal. Der ist der Supporter vom Kursaal. Was heißt Supporter vom Kursaal? Ähm. Ja. Dann melden wir uns in spät 3 Stunden wieder. 3, 2, 1, Bussi.